Wir müssen herausfinden, was mit dem wissenschaftlichen Außenposten passiert ist. Haben wir das schon gemacht, ich kann mich nicht erinnern. Kann ich mich jetzt leider gar nicht erinnern. Aber ich finde der Planet ist auch wieder geil. Ich klicke nochmal in eine Müllaufbahn ein. Naja, geht nicht so realistisch, wenn ich meine, um es dadurch immer noch mal drauf zu fahren. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber... naja... Es ist ein bisschen unrealistisch, aber... naja... Passt. Ja, das ist Deep Space Nine, oder? In dem Fall eine Deep Space Station oder eine Terok Noah Station? Ne, nur eine Noah Station, oder? Weil Terok ist der Name. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Also, eine ehemalige kathassianische. Das wird wahrscheinlich die Space Nine sein. Weil die andere Terok Noah Station, die zweite, steht ja leer. Da ist ja nichts mehr drinnen. Ja. Ja, das haben wir schon gemacht. Die Mission hat mir nicht gefallen. Die Mission hat mir wirklich nicht gefallen. Ja. Dann machen wir's halt jetzt alles nochmal neu. Hier ist ein Computer, glaub ich. Ne. Falsch abgeworben. Na ja, klar. Toll! Müssen wir alles nochmal neu machen, weil wir hier die Mission haben. Ganz toll! Warte, ist doch... war da was? Was? Ja, daran kann ich mich leider noch erinnern. Aber na ja. So, hier war doch ein Computer. Ja, was weiß ich. So. Ja, hier. War der Computer. Dann hack ihn mal einfach. So. Äh, jetzt geht's hier und ist sofort ein Ei. Das wissen wir immer du auch bist. Und du machst es mir nicht selbst. Du bist ja auch hier irgendwo. So. Äh. Na ja, wir sind Feinde. Ich lege gerade fest, dass wir Feinde sind meines Letzten aus. So, ich weiß es immer noch nicht. Letzten sind wir Feinde. Ich lege gerade, Mann. Wie war der letzte Feinde? Ach, das stimmt doch. Was ist denn das für ein riesen Troll? Ja, genau. Schmeiß noch mir. So. Mann, der wirklich Feinde des Letzten, Mann. Soll ich da noch eben so richtig sehen? Oh, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist der Feinde, Mann. Okay, hier ist scheinbar nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück. Was heißt Zeug, wir gehen weiter? Hm, komisch. Das weiß ich gerade, aber muss ich mal nachschauen. Da letztens, ähm, ein Reinde war. Ich weiß jetzt, jeder kommt nicht weiter. Äh, wir müssen jetzt weiter, äh, finden sie mehrere Arbeiten. Ja, ich sehe. Troll hier. Geh aber mal, du Troll. So, dann haben wir noch hier zwei. Der lebt immer noch, gell? Nehm. Haben wir irgendwas mit Face oder sowas? Ist das die gleiche? Ich weiß jetzt gar nicht. Naja, ähm. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal den Gegenstand. Und ich glaube, da war ja kein Computer mehr. Da war nur noch ein Drittner, glaube ich. Aber die waren doch letztens da nicht. das ist die gleiche, die weil ich bin... Mal richtig! Genau, genau, genau. Schmeiß... Schmeiß die doch einfach auf mich! ... Wieso trifft der nicht immer mich? Ich versteh's nicht. Jetzt steh' ich da. Komm, du Vieh. Das ist schrecklich. Hier, kommt ja noch. Ich fülle die Waffe, zieh' ich gar nichts ab. So, komm, die haben wir irgendeine Ausdeckung gehabt. Diese Gorilla machen wir schon aus. So, können wir die Kiste nehmen? Ja. Hat sie jetzt genommen? Ja. Komm, die kann man hingängig nehmen. Ja. So, hier ist kein Computer. Oder? Nee. Und der ist da nicht im letzten... Der war doch nicht im letzten Raum, oder? Jetzt haben's... Ich bin mir da gar nicht sicher, ob das der gleiche Raum ist. Ich glaub' ich gar nicht dahin. Da war der letzte Raum ein wirklich großer Raum. So. 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 Das war nicht der gleiche Raum. Das sieht einfach nur gleich aus. Hallo. So. So. Ich glaub' wir haben unsere Antwort gerne zum Sektor im Rahmen. So. Okay. Erfüllt. Ist ja unerfüllt, würde ich sagen. So. So. Jetzt haben wir ein System erforscht. Irgendwie gibt's da keine Anomaligen mehr. Also. Auf einmal müssen wir wieder da. Hm. Dann nehmen wir die da. Die ist näher. Systeme erkannt. Meiste nicht auf so was ist. Cut. John. Wie ist das? Iwente auf so was das? Wie ist das?